Dann, ich werde auch entscheiden. Ich werde nicht verlassen, aber ich werde nicht verlassen. Ich werde nicht mehr warten. Ja, das stimmt. Wenn du es möchtest, dann bleibst du es. Es geht nicht weiter. Das letzte Mal, als ich gezockt habe, waren gerade irgendwie US-Wahlen. Also, ne, das nicht. Aber waren die US-Wahlen noch nicht entschieden? Sind sie immer noch nicht. Sind sie nie. Aber. Das ist voll krass, ey. Ich zocke viel zu selten in Berseria. Viel, viel, viel zu selten. Oh nein, zwei Wege. Warum? Dafür habe ich nicht unterschrieben. Oh, das war knapp. Gut, wir nehmen mal den hier. Weil ich es nicht wissen kann. Weil random ist. Ja, aber das ist doch das Beste, was hätte passieren können. So, bei dem anderen, wenn wir da durchgekommen wären, wären wir halt durchgekommen. Wäre halt auch gut gewesen. Nein, aber dann hätte man immer noch mal die Frage stellen können. Was ist denn am anderen Ende gewesen? Was wäre denn am anderen Ende gewesen? So. Diese Frage haben wir hiermit beantwortet. Okay. Das ist eine Ausbuchtung. Deswegen gehe ich den Weg. Weil ich dann eine Truhe vermute. Oh, ihr creepigen, creepigen Etwasse, ey. Oh Mann, ey. Bei dem anderen, wie geil ist das eine, was den halt super gut Damage drückt, bei dem anderen komplett nutzlos ist. Machst du halt gar nichts. Yes. Ich wollte gerade sagen. Ich drücke die ganze Zeit schon L, 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 L. Ich dachte, ich bin mir nicht weggekommen. 55% Bonus. Das ist absolut durchgeknallt. Achso. Hab ich vielleicht auszusehen mal bei irgendjemandem. Nö. Übersprungen, dass die was gelernt haben. Wie gesagt, viel zu gut eingekauft. Okay, da wäre nichts mehr gewesen. So, nochmal eine Ebene weiter runter. Wo hat es hier gerade gezischt? Stolz auf dich. Asa, heißt mein Schatz. Japan. Ich kenne meine nicht. Oh Mann. Das bedeutet einem die Welt, ist kein Witz. Wenn die kleinen Hosenscheiße erstmal da sind. Es sind immer die Worte, wenn man irgendwas halbherzig hässliches dahin scheißt. Er hat noch eine Feder mehr hingedübelt. Es hat mich schon wieder erwischt, ne? Ich glaube nicht. Menschen, auch Hirten, sind einfach nur die Summe der Dinge, die ihnen widerfahren. Und dieses Ding ist die Summe aus ekelhafter Inzucht. Wie ist der nochmal kaputt gegangen? Ich glaube nicht, dass ich die Summe auswählen habe. Ich glaube nicht, dass ich die Summe auswählen habe. Das ist ein Mann in der Tatmache. Und er hat sich die Welt verletzt. Er hat mich verloren. Ich weiß nicht, dass ich mich verletze. Ich weiß nicht, dass ich diese Summe auswählen werde. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Ich höre seltsame Geräusche hinter mir. Es ist alles gruselig. Also, wir gehen nach wie vor weiter. Wir wollen aber so langsam mal schauen, ob es nicht irgendwo mal ein Speicherpünktchen gibt. Das heißt, auf euch habe ich keine Lust mehr. Oh, unsere Expedition ist zurück, seht ihr? Deswegen nämlich, zeitlich gesehen, müsste eine Folgenlänge erreicht sein. Nö, es war sie dabei. Kennenlernten. Sie ist schwanger. Ich kann es nicht verstehen. Ja, der Boy hat schon ziemliche Skills, was das Strippenziehen angeht von Menschen. Das muss man ihm lassen. Hirtensachen, wie ist das? Von denen haben wir hier jetzt auch gleich wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in so ein Ding halt oder auf die nächste Ebene. Das ist aber mega spannend, jetzt so diese Prequel-Dinger da zu sehen. Von denen, warum Bärwölfe? Das ist auf jeden Fall ein skilliger Schwertkämpfer. Das muss man ihm lassen. Soviel dazu. Ich leide gerade echt mit dem Spasti, ne? Dass die ihn jetzt nicht attackieren. Okay, sie kommen. Langsam, aber sie kommen. So hat er seinen Arm verloren? Selbstverstümmelt? Das ist ein Mechio? Was manipuliert der Boy denn da gerade? Das ist das. Das ist ein guter Problem. Das kann man nicht ändern. Aber... Der ist also die ganze Zeit schon der Oberbösewicht. Ach, was... Das war Selika und Leifi. Ach was. Ist der Sohn von... Ach was. Oh no. Scheibenkleister. Es ist sein Scheißsohn. Oh man. Mann. Verdammt, meine Kopfhörer haben nicht mehr viel Akku. Das war's. Du hast dich, du, der sich an deinem Geist, und in deinen Geist. Du bist du, der der letzten Wunderschön. Das war's. Mein Name ist... Altrius Kohl-Brann. Der Sennai-Hit-Oh-Tai-Masch. Ich bin der Glaubensserrücksehlein-Ascard. hat es gottverdammt hat es ich sag ja beweggründe summe krass krasser shit ja genau echt ich denke ich hab hier gestartet ich hab dich mit amerika Okay. Ich weiß nicht, dass das ganze Zeit etwas und das Verlöblich an der Verlöblich ist. Ich weiß nicht, dass das so. Man ist so, dass das so. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so. Ich weiß nicht, dass das Altreus nicht mehr was, dass das Menschen nicht zu retten. Das ist nicht das, was du. Der höchste Zeit ist, dass das Mann der Welt einmachrichtigte, dass der Mann der Welt den Menschen verletzt. Der Geist des 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 Geist ... Heftig! Diese Storylines sind der Dope! Ich feiere das gerade sehr. Ehrlich geil, ey. Ehrlich geil. Heide Pim Bam! Ja! Der Retter der Menschheit hat alles, was Menschheit angeht, verloren. Die Hoffnung darin verloren. Scheiße! Super, echt super! Schönes Spiel. Storytechnisch eins der besten, die ich hier gespielt habe, muss man dazu sagen. Echt geil. So, wenn ich diese Kackviecher hier mal ein bisschen effizienter töten könnte, wäre das natürlich noch geiler. Ich bin ausgedodged. Ausgewischen. Töte es! Es auch! Oh! Oh! Okay! und das ist euch so! Fällt her! Verdienter Titel! Hat er auch verdient! Alles was er kriegt hat er verdient. Ist so! Das hatte ich gehofft, tatsächlich. Genau so, wie ich hoffe, dass jetzt gleich ein Speicherpunkt im nächsten Ding ist. coole Mischung aus Kämpfen und Story, muss ich sagen. Aber Fadi hat Familie. Oh, nö. Mann, ey. Wie ihr mir auf den Sack geht. Sehr schön. Schlängel dich bloß nicht weg. Aber dafür, dass er halt Atom des Sohnes ist, ne? Ist halt einen komischen Weg eingeschlagen, so was Fights angeht. Also, meine persönliche Meinung, ne? Da darf ein geiler kleiner, hier, linkmäßiger Schwertkämpfer sein können. Naja. Achso, die kann ich übrigens ja mal hier zack, nochmal los. Es ist ja in Echtzeit. Das heißt, wenn ich dann... Ah, geil, perfekt. Das nächste Mal die Folge beginne und so, dann, äh... können wir sie wieder abholen. Ich danke dir mal für's zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, liken, gerne was schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ähm, uns abonnieren und einfach wieder reinschauen. Vielen Dank und bis denn! Bye-bye.